Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war klar, dass da die Verhandlungen hart sein würden. Die einen haben geschlafen, indem sie sich Stühle zusammengestellt haben. Wieder andere, die konnten ja nicht flüchten, weil sie Verhandlungsführer waren. Es hat sich gelohnt. Wir haben verstanden. Neue Dynamik für Deutschland. Neue Dynamik für Deutschland. Sind Sie in einem Labyrinth? Auch aus Labyrinthen kann man ja in aller Regel rausfinden, weil man ist ja auch irgendwann mal reingelaufen in das Labyrinth. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Tschau. Vielen Dank.